Das BAföG erreicht immer weniger Studierende, nur noch 18 Prozent. Das ist über die Jahre hinweg sehr kompliziert geworden. Große Probleme haben vor allen Dingen diejenigen, deren Eltern zu viel für die BAföG-Förderung verdienen, aber zu wenig, um das volle Studium zu finanzieren. Deshalb fordern wir Freie Demokraten ein elternunabhängiges Baukasten-BAföG aus drei Bausteinen. Erstens wollen wir die 200 Euro Kindergeld- oder Kinderfreibetrag direkt an die Studierenden auszahlen. Zweitens soll es einen weiteren Zuschussbaustein von 200 Euro im Monat für diejenigen geben, die auf einen Nebenjob angewiesen sind oder über ein Ehrenamt oder Pflege von Angehörigen Verantwortung für sich oder andere übernehmen. Und drittens wollen wir ein zinsfreies Darlehen, was einkommensabhängig, also erst bei gutem Einkommen später zurückzuzahlen ist, als Möglichkeit allen Studierenden zur Verfügung stellen. Wir wollen also ein elternunabhängiges Baukasten-BAföG für alle zur Verfügung stellen, weil wir der Überzeugung sind, erwachsene Studierende sind eigenständige Persönlichkeiten und genau so wollen wir euch fördern.